Ja, hallo, hier ist Felix Maggett, der Trainer früher von Wolfsburg, Nürnberg, Schalke und auch Fulham. Und ja, ich möchte meinem Freund Multi gratulieren, weil er heute auf den Tag seit 5 Jahren Mitglied bei YouTube ist und seine Kanäle hier erfliegt. Und ja, ich bin natürlich als Twitter, Facebook und SchülerVZ-König auch auf YouTube dabei und folge ihm seit seiner ersten Sekunde, auch wenn er am Anfang ja noch gar keine Fußball-Videos gemacht hat. Ich wusste immer, dieser Junge wird einmal gute Videos für den Fußball machen und ich hoffe, ihr bleibt auch weiterhin dabei, so dass er auch weiterhin da seine Zuschauer hat, die ihn immer wieder motivieren, neue Videos zu machen. Ich kenne das ja aus meinen alten Trainerzeiten. Wenn das Publikum da ist, dann spielt der Verein auch besser. Ja, mein Wunsch an dich, Multi, ist, dass du auch mal Videos von der englischen Liga machst, auch mit dem Verein Forst Fulham, damit ich meine alten Spieler ohne den Rieter natürlich, der ja mittlerweile rüber ist, auch sehen kann, wie die sich im nächsten Jahr dann tun. Das war Felix Maggett und ja, bleibt weiter dabei auf Multi um 1. Ja, hallo, hier ist Huub Stevens, Trainer von Stuttgart, früher HSV und vor allem Schalke. Ich hoffe, ihr seid auch in den nächsten fünf Jahren dabei, weil heute ist fünf Jahre bei Multi um und ich möchte ihm auch gratulieren, zu seiner Zeit, die er jetzt geschafft hat, hier den Kanal voranzutreiben und auch immer wieder die richtigen Vereine zeigt, wie zum Beispiel Hamburg, Stuttgart, Schalke und ja, auch wenn ich mitten im Stress bin mit Abschließkampf nächste Woche gegen HSV, wollte ich diese Videobotschaft loswerden, damit ihr auch seht, was für prominente Zuschauer der Multi hat und warum ihr weiter dabei sein sollt. Und, ähm, weil, äh, ja, Jahrhunderttrainer Huub ist da und dann müsst ihr auch da sein, um weiterhin den Kanal zu unterstützen. Ähm, Multi, bleibt so wie du bist, macht weiterhin Videos zu Schalke, Stuttgart, Hamburg, auch bei Abstieg. Und, äh, ja, bleibt ihr weiterhin dabei, seid tolle Resonanz, weil ihr macht das bisher super und ihr treibt den immer wieder voran, dass er weiß, warum ihr Videos macht. Also, bleibt so wie ihr seid, alle samt und dann tschüss aus Stuttgart, euer Huub. Ähm, ja klar, sagen wir mal, hallo, ähm, hier ist der Bundes-Ugi und auch ich als Bundestrainer möchte natürlich meine, ähm, sagen wir mal, Gelegenheit nutzen und den, ähm, Zuschauern von Muldi, ähm, ja, mitteilen, dass der, sagen wir mal, heute auch sein fünfjähriges Juri Leom hat, lieber Muldi, ähm, ich bin natürlich auch, sagen wir mal, ein großer Fan, bin immer dabei, auch grad natürlich, wenn du mal wieder ein Länderturnier machst, jetzt wie zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, im letzten Jahr und das Finale hat ja auch gepasst, mit Deutschland gegen Argentinien, auch in, sagen wir mal, die Spielweise jetzt nicht so, sagen wir mal, nicht so paschen war, der war unsere Mannschaft besser. Ähm, ja, aber, sagen wir mal, ich bin weiter weiter dabei und, ähm, im Sommer ist ja auch, sagen wir mal, der Weltpokal mit der deutschen Mannschaft und, ja, da werde ich auch voll mitfiebern und, äh, sagen wir mal, hoffe auch, dass, ähm, ihr weiterhin dabei seid und hier die wunderbare, sagen wir mal, Resonanz und Zuschauer-Kulisse bereitet. Das war Bundes-Ugi, tschüss aus, äh, wo bin ich ja grad? Ah ja, bin ja grad, ich bin grad. Ja, servus, hier ist Peter Stöger, der Trainer von, äh, FC Köln und ich gratuliere auch dem Multi für seine fünf Jahre, die er jetzt heute auf den Tag dabei ist beim YouTube und, äh, tolle Videos macht, seit dem letzten Sommer dann ja auch durch den Ausstieg, Videos vom 1. FC Köln, äh, und, äh, und, äh, ich weiß schon seit längerer Zeit, dass dieser Junge es drauf hat, der weiß, was er redet, der kann wunderbar Spiele kommentieren und, äh, ich hoffe, dass er weiterhin die Videos so gestalten wird, wie sie bisher macht, äh, dass er natürlich den 1. FC Köln auch weiter in den Videos hat und, äh, ja, mein Wunsch an den Multi an dich wäre, dass du einmal Videos machst zu der österreichischen Bundesliga, zu meinem alten Verein Austria, der sicher immer weiterhin da oben dabei ist, auch trotz meines Wechsels nach Köln, den Salzburgern immer wieder Parodie bietet und, äh, ja, das wäre mein großer Wunsch, dass da einmal ein Video kommt, es gab ja letztes Jahr einmal schon ein Video mit der Austria in der Champions League gegen St. Petersburg, wenn du das einmal wieder machen könntest, dann wäre ich dir sehr dankbar, ähm, trotzdem bleib dabei, unterstützt weiterhin diesen Kanal, ich werde es auch tun und, äh, ja, dann war es das auch und ich wünsche weiterhin einen schönen Tag. Jawohl, hallo Multi, hier ist Tom Bartels, Auch ich möchte dir zu deinem 5-jährigen Jubiläum gratulieren. Du hast tolle Arbeit geleistet, gerade in den letzten 3 Jahren, seitdem du ja auch Fußball machst. Und ja, ich hoffe, dass du in den nächsten Jahren das dann auch weiterhin so machst, wie du es im Moment machst, weil das hat einen sehr guten Eindruck und auch deine Zuschauer sind absolut beneidenswert. Ich hätte gerne solche Zuschauer wie du, die sich nicht beschweren, die gerne dabei sind und die vor allem immer positiv in die Sache reingehen, auch wenn eine Sache vielleicht mal nicht so gut passt. Und ja, bleib so wie du bist, mach die nächsten Jahre so weiter, da kann dir nicht so viel schief gehen. Und ich freue mich, dass du mit den Videos jetzt so kontinuierlich dabei bist. Und ja, viel Spaß auch hier auf dem Kanal an euch Zuschauer und ciao. Ich möchte ihn nicht so viel bedanken, aber ich möchte ihn für seine Wunderfülle Videos, er hat einen sehr guten Stylen von Kommentatieren und ich nehme mir meine tactical inspirations von den Videos, obwohl es keine Videos über den FC Chelsea. Aber er hat sich auch mit Real Madrid gemacht, mein alten Team gemacht. Und ich hoffe, dass du ihn in den nächsten Jahren auch folgst, weil er seine Videos weitergeht und er braucht die Resonanz von anderen Leuten, wie andere Teams und andere Trainer, die die Resonanz von den Medien brauchen. Und ich hoffe, dass er ein Videos über die Premier League mit dem Chelsea machen kann, damit ich meine Team auf dem Multi folge. Das war mein Wunsch für dich. Und ich hoffe, dass er es hören wird und diese Videos machen. Das war Jose Morin. Ja, keine Panik auf der Titanic. Hier ist Udo Lindenberg. Als Hamburger gehöre ich natürlich auch in ein solches Gratulationsvideo für meinen Hamburger-Jungen-Multi. Ich gratuliere dir, mein Bambino, und hoffe, dass du auch in den nächsten Jahren weiterhin die kreative Seite deines Kanals nicht vernachlässigst vom Fußball. Da sind andere gefragt, aber künstlerisch macht das einen guten Eindruck. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch weiterhin diesen geilen Kanal mit geilen Videos verfolgt und es genauso macht wie ich, weil der Typ ist einfach Bombe. Das muss man einfach mal sagen. Und deswegen auch keine Panik bei schlechten Videos, die natürlich nicht kommen. Aber wenn mal irgendwas nicht passt, dann seid einfach humorvoll und denkt dran, immer schön lässig bleiben. Euer Udo Lindenberg aus Hamburg. Vomöse Lindenberg aus Hamburg. Vomöse Lindenberg aus Hamburg.